Musik Das Team Angeln in Österreich sammelte durch eine Versteigerung fast 5000 Euro an Spendengeldern. Die Summe wurde an die Harley-Davidson-Charity-Tour übergeben und kommt muskelkranken Kindern zugute. Agrarlandesrat Max Hiegelsberger setzt durch heimische Bäume und Sträucher auf mehr Lebensraum für Bienen. Der Iverdinger Gemeinderat beschloss die Schaffung einer Naherholungsfläche Alte Aschach, die durch EU-Mittel gefördert wird. In St. Georgen bei Grieskirchen, genauer gesagt in Strezink, steht der erste Kassel-Greisler in Oberösterreich. Das moderne Nahversorgungskonzept bietet überwiegend regionale Lebensmittel in einem Selbstbedienungscontainer an. Im Klinikum Grieskirchen werden täglich über 450 Gerichte für Patienten, Mitarbeiter und für Essen auf Rädern zubereitet, wie sich Laurenz Pöttinger vor Ort überzeugen konnte. Wirtschaftsbundobmann Thomas Wimleitner sammelte mit seiner Frau fleißig Müll, ein Beispiel, das bei manchen Schule machte. Neu im Team des ÖGB Eferding ist Sanja Sovic, die zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen Beratungen anbietet. Vertreter der WKO gratulierten dem Familienunternehmen Palisa Bauelemente aus Natternbach zur Wirtschaftsmedaille. Verliehen wurde die hohe Auszeichnung im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Unternehmens. Verliehen wurde die hohe Auszeichnung im Rahmen des Unternehmens.